Dachmedien. Deutschland, Österreich und Schweiz. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selensky soll vom Anschlag auf die Nord Stream Pipelines im September 2022 gewusst haben. Dies berichtet das Wall Street Journal. Die Idee zur Sprengung soll gemäß der US-Zeitung im Mai 2022 während eines Treffens zwischen dem ukrainischen Militär und Geschäftsleuten entstanden sein. Ziel sei es gewesen, Russland wirtschaftlich zu schaden. Selensky habe zunächst den Plan genehmigt, der von ukrainischen Geschäftsleuten finanziert und unter der Leitung von General Valery Salushny durchgeführt werden sollte. Demzufolge hätte eine Yacht gemietet werden sollen, darauf sechs Personen mit Taucherfahrung. Die Niederlande hätten den Plan dann allerdings aufgedeckt und den amerikanischen Geheimdienst CIA und Deutschland gewarnt. Die CIA habe in der Folge von Selensky verlangt, den Angriff zu stoppen. Obwohl der ukrainische Präsident befahl, die Aktion abzubrechen, hielt Salushny an der Operation fest. Trotz widriger Bedingungen, einschließlich eines Zwischenstops in Schweden und eines verlorengegangenen Sprengsatzes, wurde die Pipeline am Ende gesprengt. Die deutsche Untersuchung bestätigte, dass ukrainische Akteure an dem Angriff beteiligt gewesen seien. Ein direkter Beweis für Selenskys persönliche Beteiligung fehlt allerdings. Ich lache immer, wenn ich in den Medien Spekulationen über eine riesige Operation lese, an der Geheimdienste, U-Boote, Drohnen und Satelliten beteiligt sind, sagte ein ukrainischer Offizier, der an dem Komplott beteiligt gewesen sein will. Das Ganze ist aus einer durchzechten Nacht und der eisernen Entschlossenheit einer Handvoll Leute entstanden, die den Mut hatten, ihr Leben für ihr Land zu riskieren. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über Ihr Like und Abonnement sehr freuen.